Wunderbar. So, jetzt haben wir am Null. Jetzt fahren wir nicht. Jetzt rollen wir nur noch. Wir bremsen nicht und fahren nicht. Okay? Wir rollen. Da vorne ist das dunkle Loch da. Wie das so ganz dunkel ist. Da brauchen wir so anbietig bremsen. Ja. So, mit dem Hebel wieder anfassen und langsam nach hinten ziehen. Eine Stufe. Eine. Jawohl. Und noch mal eine Stufe. Eine. Jawohl. Super. Wieder eine Stufe nach vorne gehen. Gut. Und noch mal nach hinten ziehen. Eine Stufe. Und noch eine. Noch eine. Ach, nur ein. Jawohl. Und jetzt hier lassen. Lass es laufen lassen. Schön laufen lassen. Wunderbar.